Was ist das? Diagnose unterdrückt Ja, das ist ja wer Weil das wie bei oben im Rollator sitzt, Alter Next Waluigi number one Wo ist der hässlich? Immer zu jedem den Sieger-Sound, okay? Also zu jedem Waluigi number one Du jetzt Waaah, ja, Tricol Waaah Waaah Tricol Und zwar kommt jetzt noch das Block-Puzzle Hier geht es darum, Marokakäre zusammenzusetzen Wir machen alle? Alle? Wieviel gibt's denn? 20? 30? Ja moin Wir haben schon ein paar Bis 11 an Bis 11, ja wir fangen mal vom Anfang an Am Anfang ist es relativ Das können wir auch mal zu viert machen Sagen wir, wir machen jetzt erstmal die ersten 10 und die Reste Ich mache mir dann zu viert, also später dann irgendwann Achso Nach der Corona-Krise Ich ziehe runter Du musst auf die falsche Seiten, auf die andere Seite Wie denn? Und zu anderen Seiten geht's So scheiße, ne? Warte, ich hab alles auf die weißen Buben postponed Vorher Valken Flyer Wir leiten прinkern Ma-die Daten die machen immer noch so post und ja nächstes kann ich den partypunkt machen kann was kaufen das kann man es doch auch noch anschauen danach jetzt haben wir machen ein bisschen neun oder so dass ich mir noch mal das weg da dass das schon so wenn es weiter aus ist macht bleibt so das ist so bitte lass es so weißt es kann man den kopf durch machen das ist doch es passt schon warum rüber wenn es da nicht durchpasst du machst doch einfach unter schiebt das noch ein bisschen runter gibt es auch immer so bestzeit und schaffen wir die gerade noch so ein wunder bis elf oder so wie ich sagen so na gut nachmacht machen wir bis zehn jahre jahre danach schauen wir uns noch kurz den top an was soll ich als ein extra partner das ist das da nächstlich arm oder was richtig schafft ballerina joshi am start nächstes auch sei ganz cooler modi sprachenlernen da will die genau sehr schlau ist wahrscheinlich schwanzflosse sich hinten nicht bewährstig macht ein bisschen noch rüber genau warte kurz nachschieben ein bisschen runter genau was den rest machen weit kurz nach runter kannst du nicht dazu das ist das noch kommt die machen wahrscheinlich alle zuviel macht es auch mehr spaß das zweite ein bisschen finde ich jeder mache teilen nichts ist so eine toady es werden auch immer mehr teile es ist noch so viele hat man war das immer ist ecke oder was man aus noch rundherum was machen kann das ist der hinfahrer muss ein bisschen zurück schieben weil jetzt was runter chodi wird soviel steht man sich auch immer im weg herum toddy so wir haben schon fast 100.000 punkte nächstes kettenhund ja das war die ersten 5 müssen viel zeit gebraucht haben ja die oberen zähne machte diese seite genau ich würde sagen ich mache am ende vom ganzen let's play das mit dem weißt du dann schaffen noch die 100.000 freund was gibt es ja noch sticker im nächsten part hat im wackel das sind die hinteren ziehen das augen ein stück des auges hat es doch gehört daher das geht runter ich habe das erste runter und baut sie aber immer was in gegner weiter damit es kann daher oder was gehört zu den zähnen runter 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 jetzt macht du erstmal meinst du zu seite der filter wasser wasser das ist einfach nur überschieben der rüber 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 muss doch hinziehen das ist auch da im beginnt doch durchschnitt bist nein ich bin da drin ich kann nichts tun das ist auch ganz hoch ja ist auch ganz hoch um lasse nicht unterschieben das kann der rest ist aber wir machen alle okay alle ja nicht so viele muss alles noch ein bisschen runter da oben steht es einfach unten vorbei lass es doch hallo das ist oben schützt einfach unten vorbei aber ich gerade kommen warte kurz muss kurz warten wird das durch da sie noch viel langsam ist der mensch zu viel kann auch schnell beschrieben was haben wir nicht gemacht war das war zuviel gemacht oder nicht nein okay okay ist der nächste gerecht ist das auch das war die seite ich würde sagen wir bauen das dann links oder alles mal zur seite ist noch ein bisschen über rüber erst mal als im eck arbeiten das war runter weil das könnte mich da unten und tiefer das ist doch oben ja ich wollte ich war das ist doch bitte hallo probieren zu schieben ist das scheißegal macht den rest auf jeden fall zu sehen kopf hinauf ich glaube ich brauche noch mehr platz ich liebe also wenn man hier den rekord schnack muss auf jeden fall zusammen arbeiten nicht dass wir hier machen ja du schiebst immer alles hin und her ich muss es dann wieder her tragen ich habe gut so glaube ich und sind nicht weiter jetzt hoch 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 es geht nämlich drei war doch dort doch das könnte ich ausgehen also das meint man so richtig zäh weiter mit der scheiß bruder macht doch klappen was ist das jetzt alles doch hoch nein es gibt ja ich habe gedacht ich muss es runterschieben noch was die scheibe damals die ketten und ja bei nahem fast nichts posten das nächste ist peach die war leicht ich weiß mal dass du auch immer da auf der höhe wo ich bin ok immer schon oben dass da genug platz ist das ist das da ist das ist hier vor die das ist da hintere shop auch darüber hast du gedacht das ist das zweite auge nein warte nicht so weit nicht zu weit wie zu weit war das wieder genau auf der falschen seite ich weiß aber echt besser nein fach der war ein bisschen bisschen was lieb ja peach 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 ich 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 was ein stach der war naja da war der mittleren standen vereinzelt es ist davor das ist dahinter das ist der vordere das geht dann die mitte das das kann ich die mitte das katz macht aber die scheiße weg weil das ist ein krampf das macht du hier reißt okay ich mache das ok das kippen unter marina beste freundlich bist ich zehn sekunden stache der nächsten haben wir es ist der erste wird auch zu lassen und zwar ist das die kong das weiß ich jetzt schon das ist das ist das ist richtig was ist das für eine komische das ist der vordere arm ich mache hoch macht auch runter wenigstens 300 sekunden ist der welt rekord alles macht genau dann muss sie los das ist also wir oben im rollator sitzt also warum soll man rollator sitzen das ist der schwanz nach macht doch das ist okay das ist die 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 98.000 ist immer zu jedem ist die ganze sound okay also zu jedem war luigi number one du bist ein komisches ort für kippel ausschaut das ist der rechte arm was wollen den erst mal die preu ist schwer ist scheiße da ist so eine scheiße du malen lebt mir eingesperrt das ist richtig das ist noch aus dem h 44 hallo maui number one waa waa du sagst immer erst wenn er fertig ist okay jetzt haben wir rosalina du hast nur das gerochen l 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 das bei dir auf jeden fall ist es da hast du hier nun mal aber ja rusehen ist ist main von lena die mail in borde kennen wir sich das ist auf jeden fall die scheiße da weg ihr habt es da kehrt das geht erst mal nicht und das doch ich habe das wie baby russer genau was ist das hat jetzt kommt ja sechs teile schon mittlerweile was ist das ist auch was der mütze ja das aber glaubt das ist der style von smash bros oder das andere ich finde es mehr sprachstall so hässlich mit folgt ja auch egal für größer und wenn teile immer schwer schwerer oder muss man immer schwere schwerer die schiebe wenn es kommt auf die größe an das da kann man das nächste war arm oder ich glaube das ist der andere da hinten hängt er hängt genau war nicht ein quetschen ich gehe raus ich freue mich oder das wird schluss machen bei freundlichen schluss gemacht jährlich gefällt geht punkton dass wir sie hier sind auf jeden fall bis weiter runter mal eingesperrt jährlich genau das machen wir noch bissl auf verkehr also netz am baunister und erfahrt noch das und das ist der hinterkopf da kommen wir vorbei haben es ein bisschen weg ja was machst du denn ich wollte dass du es noch ein bisschen ja jetzt geht das andere teile wir kannst das bitte weg machen jetzt hier ist doch jetzt dazu zu sagen ich muss das erst mal das erste zurück los genau so passt es geht wahrscheinlich doch hinten ein oder so aber hier geht es an ort alleine geht was ist da und nur wenn es aber problem scheiße oben der kathos hin da ist ein rücken oder ja das ist ein rücker arsch das ist ja auch das ist allerdings habe ich schon davon was machst du dann lasst das was so rubs das erste mal weg damit du kannst du dir ich habe erschienen ist noch schneller du musst das mit 6 da unten ein bisschen dazu genau da runter genau das mal bitte platz ja vielleicht gibt es noch weiter vor die folge ist es macht die scheiße und weg ja das ist der zeitlimit ich kann nichts machen ich kann nichts machen was es ziehen ich fühle was für spaß ja geht es ausschaut es wäre so dass du siehst du das ja weil ich da bist du da ist wirklich scheiße alle zu weit runter da wird neuer welt rekord deshalb mittelfinger was das konkidon nichts ist 16 oder luigi pixel 600 sekunden für mario world ja die nicht sehr sehr große und so was oben und alles andere ist unten und seine nase ist in der mitte macht das erste um in die schiffen scheiß den restlichen scheiß an runter ok die nase sind auf hintermohr wer schaut nicht so aus hat jetzt gerade dieses greift am spiel vor dem mini games gesicht begreift wer schaut nicht so aus mario links uns gedünst er da hinten rein post weil er so zu breit weil ich da doch spürst du eine rolle wie breiter ist so eine vierte nassen ja genau abgezogen sagt warum soll das 26 sekunden das ziel weil wir erzielen schaffen sollten wenn wir da was weil wir erzielen schaffen so ok nichts passen das ist ein buch 17 schon es gibt 30 also gesagt warum sollen die leichter sie davor hat man das dort sagen ok ich hab's 30 oder gibt es echt 30 ich hab das gar nicht mal gesehen wollen wir anrufen müssen sie zwar noch ein bisschen länger noch ansonsten machen wir bis 30 und schon ein rest dann noch aber noch mehr kommt ich bin da der äußere kreis das teil das warst du nicht rein das musst du dir selbst darunter schieben mach genau rein damit es war auf jeden fall spaß jetzt ist ein bisschen länger dauern das video egal ich weiß noch die 100.000 points schafft 18 monty 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 jetzt aufnehmen da hast du keine ahnung warum das geld nicht zu montini kehrt das muss doch weg machen weil er kommt das sein was das anders doch nicht aber die macht die letzten vergessen das geräusch mal ein blubber das geräusch von dem was überhaupt ist immer noch sechs teile das ist das erste genau machen wir das oben im eck oder haben wir viel los dabei auf der anderen seiten noch und ich zieh das so warte kurz dass wir noch durch wo die so schreit der typ so hat kommen wir machen so darf der seite ok ich probiere es erst mal ein bisschen nein das trägt hier draus erstmal warum was machst du bist alles nur aus tun so wieso stecke ich fest jeweils runter muss alles raus warum denn ja weil das alles nicht rein geht es geht schon rein alles lassen mal okay das geht nicht rein siehst du genau deshalb keine reaktion zeigen wart kurz noch mal das als erstes dann lass das noch macht das weg das fix ist versperrt den platz mach halt weg jetzt auch mal den scheiß überlegt doch mal mit du mit der kleinen sagt nicht fahren hin alter ich habe schon bereit kannst du gerne mir helfen das ist doch die scheiße daran also das zählt echt zu den schwierigsten blubber finde ich ja ich habe jetzt du richtig blubber warum warum tun fisch ich meine ein tintenfisch wir könnten karten kommen gleich wieder da sind wir wieder und weiter geht es nichts ist der cooper und das gleich zwei drei vier fünf sechs sieben vergessen die geräusche zu machen ich habe blubber gemacht aber da gibt es noch kein eindeutiges geräusch was ist ja nun ich habe das in die füße das ist falsch das ist der andere fuß hat sie durch da das ist der vordere die kurz weg machen wir uns nach oben okay dadurch genau jawohl ich wies da alles auch überall weg lass es doch nein das könnte ja das könnte der vorjahr ich habe das gemacht aber da könnte ich auch mal für mich nicht zu tun ich habe das wirklich sehr viele sehr viel geholfen ich habe das wirklich sehr viel bezogen vielleicht auch viele kümmern aber wie ich kann das mit dem ist wie in der mann brüche um mich oder ich habe die ganze lösung aber ich habe das überhaupt nie auf Moritz ist das einfach nicht zu tun wirklich so gut also was ist das also war das dahintere fuß geweckt doch weg du lappen darfst du auch nicht im weg sein dass wie auch der kuba wir haben ja pflanze einzelblätter nennst du 356 7 die richter das ist der oberer es hat du nicht kriegt was er gerade macht haben alle mit sieben vorst ja schade an vom video was ich mach doch weg den der rätsel ich probiere es dir aus der leine ist besser so das gefällt wir streiten noch gerne zu können also warten jetzt kommt das obere machen die ersten weg was kommt unten lieferin von amazon für mich immer bringt mir das jetzt jetzt wird albaner machst du ich habe nichts geld ziehen das nach oben und nicht bei komadkarte dann ist nicht können zahlen warum schon in den rest genau bis rechts genau was bei oben hast du das ist zu weit die reine pflanzen 99.000 ist da ist der kopf wird immer schwieriger hat das ist das ist allerdings kommt das ist damit sehen was ist das mit der panzer das ist der fuß scheiße das ist der mund das ist das ist allerdings der helfe davon was ist dann das ist daher den augen alles ist dahin und das obere ein stil war das klar ist kurz aber nicht zu weit runter was machst du darfst uns nicht zu weit machen das ist wieder auf noch ein bisserl das ist der fuß es ist sogar richtig so waschbrett war die noch schon macht die anderen scheiß ja warte ich warte ich das ne nein das passt schon nein du kannst du da dann kann ich das da haben wir den ersten Schuh da ging der Schuh oder was ist denn so kann es ihn dagegen hu ha 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 so ok aber es wird immer kniffliger ja Rekord 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 Bravo Geschafft